Nature, a weekly journal of science ist eine wöchentlich erscheinende, englischsprachige Fachzeitschrift mit Themen aus verschiedenen, vorwiegend naturwissenschaftlichen Disziplinen. Nature war im Jahr 2014 die weltweit am meisten zitierte interdisziplinäre Fachzeitschrift entsprechend den Journal Citation Reports sowie die Zeitschrift mit dem höchsten Impact Factor in ihrer Kategorie. Zudem ist sie neben der US-amerikanischen Science die weltweit angesehenste Zeitschrift für Naturwissenschaften. Das Journal richtet sich an Wissenschaftler, jedoch machen Zusammenfassungen am Anfang jeder Ausgabe wichtige Publikationen auch verständlich für die interessierte Öffentlichkeit. Das Editorial und der Bereich Newsarticles berichten über Themen, die für Wissenschaftler von fachübergreifendem Interesse sind. Darüber hinaus besteht jede Ausgabe aus Originalpublikationen, die Fachkenntnisse voraussetzen. Das Publizieren eines Artikels in Zeitschriften wie Nature oder Science ist sehr prestigeträchtig, da die Artikel im Schnitt sehr oft zitiert werden und einen hohen Grad an Aufsehen auch über die einzelnen Fachgrenzen hinaus erregen. 2007 wurde die Zeitschrift gemeinsam mit Science mit dem Prinz von Asturin Preis ausgezeichnet. Publikation Die erste Ausgabe von Nature wurde am 4. November 1869 von dem englischen Physiker Sir Joseph Norman Lockyer herausgegeben. Im ersten Artikel erschien eine englische Übersetzung des Essays Die Natur von Johann Wolfgang von Goethe. Bis 1919 war Lockyer auch der Chefredakteur des Journals. Nature wird in Großbritannien von der Nature Publishing Group redigiert und in London herausgegeben. Nature verfügt über Büros in London, New York City, San Francisco, Washington, D.C., Tokyo, Paris, München und Basingstoke. Weitere Fachzeitschriften der Nature Publishing Group sind Nature Chemistry, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Neuroscience, Nature Methods, Nature Genetics, Nature Physics, Nature Structural und Molecular Biology und Nature Geoscience. Zudem existiert eine Reihe von Nature Reviews. B. Nature Reviews Genetics, Nature Reviews Cardiology, Nature Reviews Rheumatologie oder Nature Reviews Cancer. Darüber hinaus gab NPG am 23. September 2009 bekannt seine Liste von kostenpflichtigen Fachzeitschriften um eine frei zugängliche Open Access Publikation zu erweitern. Diese erscheint seit 2010 unter dem Titel Nature Communications und soll das gesamte wissenschaftliche Spektrum mit Schwerpunkt Physik, Chemie und Biowissenschaften abdecken. Verlag Nature erscheint in der britischen Nature Publishing Group einer Tochtergesellschaft der Macmillan Publishers LTD, die wiederum seit einigen Jahren eine Tochtergesellschaft der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink ist. Peer Review System bei Nature Einige beispielhafte Zahlen und Fakten aus dem Jahr 2005. 9.571 Peer Reviews wurden für Nature 2005 durchgeführt. 13 Tage benötigte ein wissenschaftlicher Gutachter durchschnittlich um ein Gutachten zu erstellen. 83% aller an Nature eingereichten Artikel wurden ohne ein Peer Review abgelehnt. 60% aller Gutachter für Nature arbeiten in den USA. Eine Diskussion wissenschaftlicher Peer Review Systeme findet man unter Nature's Peer Review Debate Impact Factor Der Impact Factor lag im Jahr 2014 bei 41,456. Nach der Statistik des Easy Web of Knowledge wird das Journal mit diesem Impact Factor in der Kategorie Multidisziplinäre Wissenschaft an erster Stelle von 56 Zeitschriften geführt. 85% allern interfere yoghurt in der Kategorie ne秋ot ظanaft. 85% aller fcolle 95% aller Faireuve 94% aller Faire stärken mamy Hunting in der Kategorie 95% parfums 45% aller Faire Import